Wir müssen jetzt, also kurze Anmoderation, hey Leute, willkommen, wir machen wieder irgendwas komisches im Google Browser, obwohl nee, das kommt ja morgen. Hey Leute, wir machen jetzt zum ersten Mal irgendwas komisches im Google Browser, wir haben gerade zwar schon mal so ein Video aufgenommen, das kommt aber erst, wann kommt das Ari noch, sag mal. Ich will eine Frage, nächste Frage. Okay, wir spielen das Higher-Lower-Game, im Prinzip ist es einfach so, wir sehen jetzt hier zum Beispiel das Thema Harambe und da steht jetzt hier, wie oft das ungefähr im Monat gesucht wurde. Und wir müssen jetzt raten, ob Overwatch öfter oder weniger oft gesucht wurde, auf Google. Und dann würde ich sagen, öfter. Ja. Ja, 5 Millionen Mal. Und jetzt geht es immer so weiter, wir müssen immer gucken, was wurde öfter gesucht. Was ist das? Das kenne ich nicht, das hat weniger, ja. Uber, ist irgendwas mit Sport, das ist höher, höher. Ist irgendwas mit Sport. Ja, das ist höher. Ja, Channel von Lawrence, höher. Mehr, mehr. Ja, alles klar, Alter. Sin City. Sin City, kenne ich nicht, lower. Schwierig. Mach einfach lower, virtual klappen. Oh ja, hätte ich gar nicht erwartet. Ja, wenn du sagst, du warst, du hast geklickt. Breastfeeding. Breastfeeding. Ich meine, einerseits willst du denken, das ist ja was, was so ziemlich, was sehr viele Leute betrifft, aber wer googelt das so? Hm, ne, weiß ich nicht. Naja, ich sag mal so, das, was wir da vorgespielt haben, was später kommt, ja, Hong Kong war vielfach öfters. Also das war echt, das war echt öfter. Ja, absolut, absolut. Oh ja, 1,5 Millionen, ja, gut. Hong Kong, Junge, das sind so viele Japaner und alles mögliche. South Afrika ist jetzt schon schwerer. Weniger. Würde ich auch sagen, ja. Bei Hong Kong, ich sag's dir, hat die Japaner. Oliver Cromwell, wer ist das? Sorry. Kenne ich nicht. Der sieht alt aus. Jen Calment. Gene Calment. Ähm. Sieht irgendwie neu aus, also würde ich sagen höher. Also nicht die Frau, aber das will. Tatsächlich, tatsächlich nicht. Okay. Nein. Nein. You scored. Nein. Dann versuchen wir es einfach. Die erste Runde, gar nicht mal so schlecht, ja. Dann probieren wir es einfach nochmal. Prag oder Pirates of the Caribbean. Ich würde sagen Pirates of the Caribbean ist höher. Ja. Duran, Duran. Was ist denn da? Das ist irgendeine Band, oder? Irgendeine Band, aber. Äh, World War II. Ah, okay. Higher. Allein schon die ganzen Schüler, die darüber eine Präsentation halten mussten, das ist higher. Nur 550, also da hätte ich jetzt echt mehr erwartet, ne? Ja. Aber sag mal, warte mal. Meine, ähm, ich sag mal so. Google ist ja, äh, Google ist ja gerade ein bisschen kritisch wegen alles, ne? Das, was auf der linken Seite ist, musst du das eigentlich zensieren? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde sagen lower. Ähm. BNB, oder was ist denn das? Das ist, sie, was ist? Also nach dem Hintergrundbild würde ich sagen, dass das irgendein Unternehmen ist. Hm. Ja, und war da drunter irgend so. Ja, gut, das hat sich dann bei Rancher erledigt, ne? Die Dominikanische Republik oder Harley-Dalvis. Oh. Ich würde sagen, da ist... Ich würde es Harley sagen. Ich würde es auch Harley sagen, dass es höher ist. Jeep Flights. Ah, das ist schwer. Aber ich würde sagen, lower. Lower. Irgendwie, weil... Oh. Äh, 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 ja. Gut. Ja, ich hab's mir bestätigt. Das heißt, man hat es schnell erledigt. Die Wurst noch, ja. Okay. Dann müssen wir nicht fieser Haare dazu, ja. Äh. Und jetzt so 39, äh, noch 40.449. Äh, ich sag's dir. Save. Theresa May. Oh. High, absolut higher. Ja. Also, ich würde sagen. L'Oreal. Das muss höher sein. Bitte was? L'Oreal ist nicht höher als Theresa May. Alter. Wir haben jetzt fünf Runden gespielt und nur eine Runde liegt gut. Zwei. Das ist deine Schuld, ich sag's dir. Das Video endet nicht, bevor wir einmal C geknackt haben und wenn das eine halbe Stunde lang ist. Vietnam oder Serena Williams? Oh, das ist schwer. Äh, Sport ist doch mal... Näh. Sag, lower, lower. Weil es ist nur irgendwas mit der... Äh, äh, äh. Neuer Niedrig-Rekord. Null. Äh, ja, so hoch. Äh, jetzt. Ja, null. Das ist der Run. Das sind die zehn. Fight Club. Was ist das? Ich glaub, ist das nicht irgendwie so ein Film oder so? Genau, irgendwas anscheinend mit Sport oder ein Spiel. Keine Ahnung. Hire. Film, glaub ich. Metropolis. Easy. Bestimmt auch ein Film, aber nicht so bekannt. Bam. Blueberry Wine. Trinkt keine Sau. Bam. Skydive. Das macht Spaß. Das wollen die Leute machen. Nur 22.000. Vanos Gaming. Guter Kollege von mir. Bustet, boostet unseren Kanal morgen. Sind wir morgen verlinkt bei dem. Der. Luuu. Macht bestimmt, macht bestimmt ganz, ganz gute Videos. Saxophon. Hire ist irgendwas mit der Musik. Hire. Oder? Boah. Gleich. Lung Cancer. Hire. Leider nicht. Hire ist das hier nicht. France. Mexico. Low. Lower. Ja. Camp Nou. Lower. ESPN. Keine Ahnung, was das ist, aber ich würde sagen, höher. Das ist ein großes Spielball, das ist höher. 24 Millionen? Emi. Oh shit. Lower. Ja, glaube ich auch. Ja, 24,9 Millionen ist schwer zu knacken. Ja, sag ich ja. Shuttle Island. Lower. Absolut. Ah, Kelly. Wer ist das? Das sieht unbekannt aus, ne? Aber meistens die, die unbekannt... Huuu. The Color Purple. Alice Walker. Scheint in dem. Ein Film, scheinbar. Hab ich jetzt sagen, lower. Wer ist? Warte, 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 warte. Ich wollte gerade gucken, weil Alice Walker ist. Keine Ahnung. Stroke. Schwer. So, da liegt vor dir so einer auf dem Boden und du bist so, hm, lass mal Google raus. Ich weiß nicht. Könnte. Was ist denn das überhaupt? Könnte ein Schlageinfall sein. Hm, das ist echt schwer. Aber ich glaube, Stroke ist schon ein relevantes Thema, oder? Ja, ja. Ja, absolut. Wo ist das? Aber, weißt du, mich interessiert, wie oft wird wohl Coronavirus gegoogelt? Also zur Zeit mindestens 10 Mal täglich von jeder Person, glaube ich. Bitte was? Gut, dann würde ich sagen, mit dem, ne, mit der Score 10, genau perfekt passend. Ich wusste natürlich, dass es falsch war, was ich angegeben habe, aber ich wollte genau 10 erreichen, verstehst du? Ähm. Ja, ja. Ich schließe von selbst, ja. Wir sind raus. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020